...und noch mal Freistoß für die Wiener Austria. Es ist ja mehr als sieben Minuten. Die Wiener Austria hat kein Spiel nach 90 Minuten verloren. So auch heute nicht. Und ein super Tor vom Jokka! In der 114. Minute Sun Qiang trifft zum 1 zu 1. Was für ein Kracher! Und das weiß man, der hat auch bei Freistoß-Weltmeisterschaften mitgemacht. Der hat einen gewaltigen Kracher und sorgt jetzt für das 1 zu 1. In der 114. Minute Sun Qiang. Gerade noch habe ich mich gewundert, warum Karl Daxbacher einen vermeintlichen Defensivmann bringt. Und dann schauen Sie, was der für einen Kracher hier im Tor versinkt. 1 zu 1. Alles wieder offen. Keine Chance für Katze. Große Distanz. Sicht verstellt. Die Mauer macht da nichts falsch. Vielleicht um den einen oder anderen Mann zu wenig. Aber der hat eine gute Höhe, der Ball. Springen sollst du auch nicht in der Mauer. Denn das Unten-Tuch ist besonders unangenehm für den Torhüter. Und Sun Qiang also mit dem 1 zu 1. Und jetzt wird dieses nicht anerkannte Tor von Haas in der 102. Minute wieder besonders bitter für Sturm. Der Gedanke war schon überwunden. Franco Foda.